Guten Tag meine Damen und Herren von Kirche in Not. Ich bin Pfarrer Konrad Lisowski, ich bin Trierer Bistumspriester seit sieben Jahren hier in El Alto und die Schwestern von der göttlichen Vorsehung arbeiten in meiner Gemeinde, in meiner Pfarrei unter anderem und dafür bin ich wirklich sehr dankbar und ihr Engagement, ihre Arbeit ist enorm wichtig hier für unsere Pfarrei, denn die helfen in der Katechese, in der sogenannten Formation für Kinder und Jugendliche, bringen immer wieder gute Impulse an Familien und Laien und bringen die Leute wirklich näher an den Glauben, an Spiritualität und das ist bei uns hier besonders wichtig, denn wir sind umgeben von ganz vielen Sekten hier, allein in meiner Pfarrei gibt es 17, die ich bis jetzt gezählt habe, insofern, dass wir hier nochmal eine Schwestern-Gemeinschaft haben, die uns hilft, die Dinge mitzutragen, dafür bin ich sehr dankbar und wollte sie auf diesem Wege auch grüßen, hinter dem Video sie die Schwestern ihnen mitgeben, also alles Gute und Gottes Segen für ihre Arbeit und liebe Grüße aus El Alto. Tschüss!